Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute schauen wir uns gemeinsam den ersten Start eines Windows 11 PCs an und ich erkläre nebenbei die erste Einrichtung für Einsteiger. Los geht's! Für Fortgeschrittene gibt es Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Am Ende erkläre ich noch kurz, was ich bei einem neuen PC immer als erstes mache. Zuerst sehen wir das Herstellerlogo und wir werden um Geduld gebeten. Da es trotz SSD teilweise lange Wartezeiten gibt, kürze ich solche Momente fürs Video ab. Wir gehen das hier an einem Laptop mit vorinstallierten Windows 11 durch. Bei Desktop-PCs sieht's aber natürlich genauso aus. Jetzt sollen wir eine Sprache wählen und bestätigen mit Ja. Danach ist Windows 11 so schlau, schon mal Deutschland vorauszuwählen und wir müssen nur mit Ja bestätigen. Nun zum Tastaturlayout. Ich lasse hier Deutsch ausgewählt. Wenn wir zum Beispiel Englisch wählen würden, dann käme beim Drücken der Z-Taste ein Y. Jetzt können wir noch ein zweites Tastaturlayout hinzufügen. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man häufig englische Texte schreibt und das 10-Finger-Zippen blind beherrscht. Ich klicke auf Überspringen. Hier muss man sich jetzt mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Außer man hat ein LAN-Kabel in den PC eingesteckt. Dann entfällt dieser Schritt. Ich klicke mein WLAN-Netzwerk an und dann auf Verbinden. Danach muss ich mein WLAN-Passwort eingeben. Wenn du dieses Passwort nicht selbstbestimmt hast, dann findest du es normalerweise auf deinem WLAN-Router oder in den Unterlagen vom Internetanbieter. Meist ist da irgendwo ein Aufkleber mit dem Namen, also der sogenannten SSID des Netzwerks und dem Kennwort. Oft betitelt als WLAN-Netzwerkschlüssel WIP oder WPA2-Schlüssel oder so ähnlich. Tipp. Fotografier dir den Aufkleber vom WLAN-Router ab, dann kannst du das Passwort leichter am PC eintippen. Danach auf Weiter klicken und warten, bis sich der PC mit dem WLAN verbunden hat. Dann nochmal auf Weiter klicken. Jetzt prüft Windows 11, ob es schon Updates zu installieren gibt. Falls es welche findet, werden sie gleich installiert und der PC startet sich zwischendurch mal neu. Im Prinzip läuft die Ersteinrichtung bisher genauso ab wie unter macOS. Nun muss man natürlich noch dem Lizenzvertrag zustimmen. Ist ja bei jeder Software so. Hast du sowas schon mal gelesen? Schreib's gern in die Kommentare. Jetzt muss man sich mit einem Microsoft-Konto anmelden. Das ist wie ein Google-Konto oder eine Apple-ID, nur eben von Microsoft. Es wird benötigt, damit man die Online-Dienste von Microsoft benutzen kann. Zum Beispiel, um Programme aus dem Microsoft-Store zu laden und Microsoft Teams, OneDrive und so weiter nutzen zu können. Manche Leute regen sich darüber auf, aber bei Smartphones und Tablets ist das schon lange Standard. Es hat den Vorteil, dass man diesen Schritt bei der Ersteinrichtung hinter sich bringt. Da planen Nutzer wahrscheinlich eh schon eine gewisse Arbeitszeit ein. Später, wenn man Funktionen dann schnell benutzen will, entfällt dieser Schritt, weil man schon angemeldet ist. Manche befürchten hier ja Spionage. Da kann ich dich aber beruhigen. Um ausspioniert zu werden, braucht man kein Benutzerkonto. Das klappt schon immer ganz wunderbar ohne extra Anmeldung. Du hast übrigens schon ein Microsoft-Konto, wenn du bei Skype, Xbox, Outlook.com, Microsoft Teams, OneDrive, Office 365 oder anderen Microsoft-Diensten registriert bist. Falls das so ist, gibst du die registrierte E-Mail-Adresse hier ein. Die muss übrigens nicht von Microsoft sein. Das kann genauso eine Gmail, T-Online oder sonst was Adresse sein. Dann klickst du auf Weiter und gibst dein Kennwort ein. Falls du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hast, musst du zusätzlich noch einen Sicherheitscode eingeben. Ähnlich einer Mobile-TAN beim Online-Banking. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich noch kein Microsoft-Konto und klicke auf, dann erstellen sie jetzt eins. Hier könnte ich eine bereits vorhandene E-Mail-Adresse eingeben. Auch von einem beliebigen Anbieter. AOL, Yahoo oder sonst was. Alternativ könnte ich sogar eine Telefonnummer verwenden. Ich klicke aber auf Neue E-Mail-Adresse anfordern. Dann bekomme ich eine gratis Mail-Adresse von Microsoft. Die muss man auch nicht als E-Mail-Adresse verwenden. Wenn man will, kann man sie nur fürs Microsoft-Konto benutzen. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele verschiedene E-Mail-Adressen für verschiedene Zwecke. Privat, geschäftlich, Online-Shopping, Social Media, Apple-ID und so weiter. Ich versuche jetzt mal, ob mexiko-at-outlook.de noch frei ist. Leider nicht. Vielleicht mit einer anderen Endung. Auch nicht. Dann schreibe ich noch Anleitungen dazu. Und jetzt klappt's endlich. Schreib mir nicht an die Adresse, ich werde sie wohl nie abrufen. Jetzt muss ich natürlich noch ein Passwort vergeben. Soll ich mal ein Tutorial machen, wie man sich sichere Kennwörter überlegt, die man sich trotzdem merken kann? Schreib's bitte in die Kommentare. Werbung von Microsoft möchte ich nicht, also setze ich kein Häkchen und klicke auf Weiter. Nun soll man seinen Namen eingeben. Microsoft kann nicht überprüfen, ob das stimmt, was man da eintippt. Ich schreibe trotzdem meinen echten Namen rein. Das macht zum Beispiel für Microsoft Teams Sinn oder wenn man im Microsoft-Store einen gültigen Kaufvertrag abschließen will. Also wenn man dort ein Programm kauft. Danach wollen sie noch das Land und mein Geburtstag wissen. Das macht für Microsoft aus Marktforschung Sicht Sinn und vermutlich beeinflusst es auch, welche Spiele und Filme man im App Store angezeigt bekommt. Ich trage da jetzt einfach irgendwas ein und klicke auf Weiter. Nun wollen sie noch eine alternative E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer wissen. Wenn du das Kennwort für dein Microsoft-Konto vergessen hast, bekommst du da einen Code hingesendet. Den brauchst du dann, um ein neues Kennwort zu erstellen und dein Microsoft-Konto und damit deinen PC wieder nutzen zu können. Ich trage da eine von meinen anderen E-Mail-Adressen ein und klicke auf Weiter. Jetzt dauert es ein bisschen und dann soll ich eine lokale PIN erstellen. Also eine vierstellige Geheimnummer. Das hat folgenden Grund. Dein Windows-Benutzerkonto ist ja dein Microsoft-Konto. Das heißt, du müsstest bei jedem PC-Start dein langes Microsoft-Konto-Kennwort eingeben. Das nervt natürlich. Deswegen kannst du hier einen kurzen Code erstellen, mit dem du dich lokal, also nur auf diesem PC, bei deinem Microsoft-Konto anmelden kannst. Wenn du an einem fremden Computer, zum Beispiel auf Microsoft Teams zugreifen willst, brauchst du natürlich weiterhin das lange Kennwort. Falls dein PC Gesichtserkennung oder einen Fingerabdruckskenner hat, dann kannst du das jetzt auch einrichten. Das ist dann gleichwertig mit der PIN, nur eben ohne Zippen. Wenn dir Zahlen zu wenig sind, dann kannst du hier ein Häkchen setzen und die PIN komplizierter machen. Jetzt noch mit OK bestätigen. Hier legt man fest, ob Programme von Microsoft und Apps aus dem Microsoft-Store den eigenen Standort verwenden dürfen. Zum Beispiel, um Cafés in der Nähe oder das passende Wetter anzuzeigen. Wenn du irgendwelche Software von irgendeiner Internetseite installierst, muss sich die übrigens nicht an diese Einstellungen halten. Hier kann man die Mein-Gerät-Suchen-Funktion aktivieren. Das ist so ähnlich wie Wo ist bei Apple-Geräten. Also eine Möglichkeit, verlorene oder gestohlene Geräte wiederzufinden und zu sperren, damit der Dieb nicht auf die persönlichen Daten zugreifen kann. Ich finde, das macht bei mobilen Geräten durchaus Sinn. Dieser Laptop wird aber mein Büro nicht verlassen und wird auch keine spannenden Daten enthalten. Ich wähle also erstmal Nein aus. Das lässt sich aber später auch noch ändern, so wie alles, was wir hier einstellen. Nun möchte Microsoft noch Diagnosedaten zur Produktverbesserung haben. Dazu hast du zwei Auswahlmöglichkeiten. Nur erforderlich, sendet möglichst wenig Daten. Microsoft erfährt hier die technischen Daten deines PCs, welche Einstellungen du unter Windows vorgenommen hast und ob diese Kombination gut funktioniert. Optional einschließen, sendet mehr Daten. Microsoft erfährt zusätzlich zu den technischen Daten auch noch, wie der PC verwendet wird. Also zum Beispiel, wenn dein PC abstürzt. Dann wird danach ein Bericht an Microsoft gesendet. Der enthält die technischen Daten deines Computers, welche Einstellungen du in Windows geändert hast, welche Programme du benutzt hast, welche Websites geöffnet waren, wie viel Speicher belegt war und so weiter. Egal, was du auswählst, die Daten sind laut Microsoft anonym, also nicht mit dir als Person verbunden. Manche Leute glauben das nicht. Aber glauben die dann, dass sich Microsoft an das hält, was man hier einstellt? Das könnte ja auch nur Augenwischerei sein. Eigentlich müssten diese Leute dann auf Linux umsteigen. Da dieser ein Bastel-PC ohne wichtige Daten ist, bin ich da heute mal großzügig. Jetzt wollen sie auch noch Hilfe bei der Verbesserung der Sprach- und Handschrifterkennung. Sie wollen also vergleichen, was du gesagt oder geschrieben hast und was ihr eigenes System erkannt hat. Wenn die Erkennung nicht gut funktioniert hat, wollen sie so herausfinden, woran es liegt und es verbessern. Auch die Textvorschläge und die Autokorrektur wollen sie damit verbessern. Wenn also zum Beispiel viele Leute Bachstraße München tippen, dann merkt sich das System das. Wenn zukünftig jemand Bachstraße eintippt, wird ihm gleich München als nächstes Wort vorgeschlagen werden. Damit das Ganze funktioniert, werden anonymisierte Daten an Microsoft-Server übertragen. Das heißt, Microsoft weiß nicht, wer Bachstraße München eingetippt hat, nur dass es jemand eingetippt hat. Ich möchte nicht helfen und klicke auf Nein. Wenn man hier Ja anklickt, könnte Microsoft zum Beispiel registrieren, dass man Photoshop häufig benutzt und dann schlagen sie im Microsoft Store andere Kreativprogramme vor. Wählt man Nein aus, dann werden die App-Vorschläge zufällig sein. Hier geht es um Werbung in Apps, die man aus dem Microsoft Store installiert. Wer auf Personalisierte Werbung steht, der klickt hier Ja an. Die anderen klicken auf Nein. Dadurch wird es unwahrscheinlicher, dass man in Apps wochenlang Werbung für Dosenkohl sieht, nur weil man einmal das Wort Dosenkohl gegoogelt hat. Hier soll man nun auswählen, für welche Zwecke man seinen PC verwenden möchte. Ich klicke jetzt mal auf Kreativität und bekomme dann höchstwahrscheinlich im Microsoft Store Werbung für Photoshop und ähnliche Programme angezeigt. An deiner Stelle würde ich das einfach überspringen. Dann wird die Werbung zufälliger sein. Falls du dich übrigens fragst, was alle so schlimm an personalisierter Werbung finden. Ganz einfach, Werbung funktioniert. Wenn du ständig Werbung für etwas siehst, was dich interessiert, dann wirst du es auch haben wollen. Und du hast auch kaum noch Chancen, einen Wunsch zu vergessen, weil er dich überall hin verfolgt. Das endet entweder im sinnlosen Konsum oder in großer Unzufriedenheit, weil du dir das alles nicht leisten kannst. Nun schlägt Microsoft vor, deine Dateien zusätzlich in OneDrive zu sichern, also dem Cloud-Dienst von Microsoft. Das bedeutet, dass deine Daten ganz normal auf deinem PC gespeichert werden. Aber alles wird zusätzlich auch auf einen Microsoft-Server hochgeladen und dort gesichert. Änderst du etwas, zum Beispiel an einem Word-Dokument, werden diese Änderungen bei jedem Speichern auch auf dem OneDrive-Server aktualisiert. Internetverbindung vorausgesetzt. Löscht du eine Datei von deinem PC, werden sie auch aus deinem OneDrive gelöscht. Standardmäßig werden nur die Ordner Desktop, Dokumente und Bilder synchronisiert. Das lässt sich aber nachträglich auch noch für andere Ordner auswählen. Diese Funktion ist durchaus praktisch, zum Beispiel, wenn du mehrere Computer mit dem gleichen Microsoft-Konto benutzt. Dann hast du immer die gleichen Daten auf jedem deiner PCs. Oder wenn dein Haus abbrennt, dann hast du ein Backup deiner Daten auf einem Server, nicht nur auf einer ebenfalls verbrannten externen Festplatte. Gratis enthalten sind 5 GB Speicher. Wenn du mehr brauchst, kannst du ein Jahresabo dafür abschließen. Also im Prinzip alles wie bei Apples iCloud, das ich gern auf meinen Geräten nutze. Hier brauche ich es nicht, ist wie gesagt nur ein Bastel-PC. Deswegen klicke ich auf Dateien nur auf diesem PC speichern, also OneDrive nicht benutzen. Dieses sogenannte Geschenk ist einfach nur Werbung in Form von Testversionen. Du bekommst damit ein einmonatiges Gratis-Abo für die Office-Programme von Microsoft. Also Word, Excel, PowerPoint und 1 TB OneDrive Cloud-Speicher. Danach kostet es 99 Euro pro Jahr. Ich brauche die Office-Programme und den OneDrive-Speicher nicht und klicke deswegen auf Ablehnen. Wer beruflich oder für die Schule Word und so weiter braucht, kann das natürlich machen. Ich persönlich würde dann aber lieber einen Product-Keeper in einem seriösen Online-Händler kaufen. Das ist meist günstiger. Zum Beispiel bei den Prime Days kann man da oft ein Schnäppchen machen. Hier gibt es jetzt noch eine Zusammenfassung, die mit Weiter bestätigt werden kann. Dieser Bildschirm wurde wohl von Dell eingebaut. Da ich weder die McAfee-Antivirus-Test-Version noch Werbung von Dell haben will, lasse ich die Häkchen alle weg und klicke auf Weiter. Jetzt dauert es trotz SSD und modernem Prozessor eine kleine Ewigkeit, bis Windows 11 das erste Mal startet. Ich kürze das ab. So, da ist Windows 11 nun also, inklusive Werbung für Dienste und Apps. Die Computerhersteller und Microsoft bekommen übrigens Geld dafür, dass sie solche Icons platzieren und Testversionen vorinstallieren. Das ist nichts anderes wie eine interaktive Werbeanzeige. Da ich das hasse, ist meine erste Amtshandlung bei einem neuen PC immer das Deinstallieren von nicht benötigter Software. Also im neuen Startmenü auf Einstellungen klicken, dort dann Apps auswählen, auf Apps und Funktionen klicken und dann schauen wir mal, was da schon alles installiert ist. Manches davon ist sinnvoll, anderes will ich vielleicht mal ausprobieren. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich die Microsoft Office-Programme nicht brauchen werde. Deswegen klicke ich auf die drei Punkte und wähle Deinstallieren aus. Das muss ich dann noch gefühlt 100 Mal bestätigen und dann wird das ausgewählte Programm entfernt. Und tatsächlich dauert das unter Windows 11 noch genauso ewig wie unter allen anderen Windows-Versionen auch. Am Mac gibt es keine vorinstallierte Werbesoftware und die Deinstallation von Programmen geht so schnell wie das Löschen eines Word-Dokuments. Zumindest einen dieser Vorteile hätten Sie auch noch kopieren können. Naja, und so mache ich das nun mit jeder Sprachversion von Office und mit allen anderen Apps in dieser Liste, die ich vermutlich nicht benutzen werde. Das hat drei Gründe. Erstens wird die Liste der Apps übersichtlicher. Zweitens spart es Speicherplatz und drittens erspart es mir die Installation von Updates für Apps, die ich sowieso nie verwende. Die Werbesymbole von Amazon, Disney Plus und so weiter lassen sich hier übrigens nicht entfernen. Auf denen macht man im Startmenü einen Rechtsklick und wählt Deinstallieren aus. Systemrelevante Apps lassen sich nicht deinstallieren. Und falls du eine dieser Gratis-Apps doch wieder haben möchtest, kannst du sie bestimmt kostenlos im Microsoft Store herunterladen. Im Zweifelsfall vorher prüfen. Also keine Angst vor dem Ausmisten. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüsste in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass mir bitte ein super Thanks da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere kostenlos den Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Viert die Servus. Ciao.